Es war vor langer Zeit, da lebte eine Frau, die hübscheste und wundervollste Frau auf der ganzen Welt. Nein, Sie haben sie gerade angefasst. Sehen Sie her. Nein, bitte, tun Sie das nicht. Das sind doch nur Kinder. Ich entwickle einen Impfstoff. Und sie ist der Hauptbestandteil davon. Was bin ich? Hoffnung. Genau das bist du. Ich will einfach nur leben. Das will doch jeder. Sie mag sie. Was zum Teufel ist das? Die Welt bricht zusammen. Du kannst sie retten, Melanie. Du kannst die gesamte Menschheit retten. Was hast du getan?